Hallo und hallo, meine lieben Freunde! Und herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Play Minecraft History. Wie wir hier unten schon ein Wunschbild lösen können, sind wir endlich in der Beta 1.8. Zwar nur in der Pre-Release, aber wir sind da. Wir sind in der Beta angekommen. Das heißt, Minecraft hat leider auch Heapsoft Hits auf YouTube, was ich jetzt glaube, dass das eventuell der Liebe krank war, weil, wo der mit dem Minecraft-Lens-Play angefangen ist, ist ja so gesehen die Höhe geschossen. Auf jeden Fall. Jetzt. Alter, ich kann noch nicht die ganzen 1.8-Patch-Notes vorlesen. Willst du mich verarschen? Das würde viel zu lange dauern. Aber ich hab's eigentlich schon gesagt. Das hab ich so gesehen schon ne Pflicht, ne? Okay. Kisten. Seht jede Kiste so aus? Fast jede. Okay. Ja, wir sehen schon. Es gibt die extrem viel Neuerung, die sind alle da. Ich glaube, es ist das Pre-Release, weil einfach noch ein paar Bugs jetzt zum Beispiel hier das schwarze Ding dabei ist. Also die schwarzen Kisten. Und ja, folgen die jetzt schon dem Weed? Ich test jetzt einfach mal, bevor ich die Patch-Notes vorlese. Okay, die... oder folgst du? Folgst du? Folgst du? Kann ich dich damit füttern? Okay, nein, ich glaub weder noch. Aber auf jeden Fall. Ich will es zwar nicht, aber mir bleibt leider keine andere Wahl, als jetzt alle verdammten Patch-Notes für diese Version vorzulesen. Ja, dann, let's go. 1.8. Adventure-Update. Ähm, dies ist jedoch nicht der Adventure-Modus. Survival- und Creative-Modus. Neuer Launcher. Der Launcher hat neuere Minecraft-Moyang-Logos. Im Hintergrund des Hiddle-Bildschirms sieht man durch eine Kamera, die über Landschaft von Minecraft schwenkt. Der Launcher kann sich selbst updaten. Es ist möglich, um einfach durch HTML-Link zu starten, um einen Server zu benutzen. Server-Liste. Okay, Server ist nicht sehr unnötig. Ähm, dynamisches Licht und neue Licht-Licht-Licht-Texturen. Ähm, neue Licht-Texturen. Sonnenlicht und Block-Licht, zum Beispiel von Glowstone. Wärme-Gelbliches-Fackellicht. Kälteres-Blaues-Mondlicht. Neue Blöcke. Steinsiegel, Bemoste und rissige Steinsiegel. Eisengitter, Glasscheibe. Oh, die gibt's endlich. Pilzblöcke, Zauntuche, die wir unbedingt noch brauchen. Zwei neue Arten von Treppen, unter anderem die Ziegelsteine und die Steinziegeltreppen. Zwei neue Arten von Stufen, Ziegelstufen und Steinziegelstufen. Lian-Lion-Liane-Block, zum Beispiel riesige Pilze. Riesige Pilze bestehend aus Pilzblöcken, und zwar von den roten Pilzen, den braunen Pilzen. Und man findet sie in einem speziellen Biom. Ähm, außerdem kann man nun aus normalen Pilzen, mit Hilfe von Knochenmehl, riesige Pilze entstehen lassen. Cool, das müssen wir mal ausprobieren. Ähm, neue Geländeeigenschaften. NPC-Dörfer. Dort spawnen jedoch noch keine Dorfbewohner. Schade. Untergrundschluchten. Cool. Festungen bestehend aus Steinziegeln wurden in die Landschaft integriert. Festungen sind neue Dungeons, die größer sind und Gänge, Türen und Treppen haben. Sich aber ansonsten kaum von den bisherigen Dungeons unterscheiden, wo wir leider noch keine gefunden haben. Verlassene Minen, Flüsse. Flüsse enden in einem Meer oder bilden Schleifen. Tiefere Ozeane. Spinnennetze kommen nun auch natürlich vor. Biome. Die Biome sind jetzt größer. Es gibt klare Begrenzungen zwischen den einzelnen Biomen. Da sich der neue Biom-Code stark von anderen unterscheiden, sind die Seeds von 1.8 nicht mehr die gleichen Resultate wie 1.7. Das ist okay. Neue Biome, Pilzbiome, Sumpfbione und Ozeane. NPCs. Es gibt drei neue NPCs-Klassen. Die Silberfische wurden hinzugefügt. Die Enderman wurden hinzugefügt. Die sind etwas creepy. Es gibt Enderman endlich. Cool. Sie sind friedlich, bis man sie anstarrt. Dann bleiben sie wie eingefroren still und greifen den Spieler an, sobald dieser wegsieht. Ah. Ein Kürbis auf den Kopf schließt davor, von ihnen angegriffen zu werden. Enderman droppen Enderperlen. Sie können Blöcke aufnehmen und dies an einer anderen Stelle wieder platzieren. Ein Höhlen-Spin wurde hinzugefügt. Die tun dann vergiften. Ein paar NPCs wurden verändert. Zombies droppen nun verrottetes Fleisch. Schweine haben eine kleine Schnauze. Neues 3D-Modell. Ah, süß. Neue Animation für Explosionen von Creepern. Yay. Neue Kampftechnik. Neue Bogenschießcodes. Ähm, Bögen müssen durch gedrückt halten, der rechten Monstraste aufgeladen werden. Dadurch wird die Reichweite eingestellt. Pfeile bleiben mit Monstern stecken, wenn sie getroffen werden. Kritische Treffer und die dazugehörigen Partikel. Wird der Bogenfall aufgeladen, Haloku, erzielt er einen kritischen Treffer. Außerdem zieht der Pfeile einen Schweif hinter sich her. Partikel. Man erzielt auch einen kritischen... Ja, den Klammenpartikel. Ähm, man erzielt auch einen kritischen Treffer, in dem man springt und während man fällt, den Gegner trifft. Wenn man Mops schlägt, während man aufs Zusprintet, schleudert es sie etwas durch die Luft. Neue Verteidigungsanimation für Spieler und neue Eingriffsanimation für alle anderen NPCs. Oh Gott. Pieper haben verbesserte Explosionen. Yay. Skelettspieler Bogen wird gespannt, bevor ein Pfeil abgeschossen wird. Man bekommt Erfahrungspunkte, wenn man einen Mob tötet. Diese werden vom Spieler angezogen. Ja, cool. Nahrungsmittel. Ist die Leiste zu mehr als 90% gefüllt, regeneriert sich Leben. Ist die Leiste bei 0% verliert man Leben. Es gibt eine S-Animation. Die S-Animation dauert genau 1,6 Sekunden. Extrem interessant. Und es geht weiter. Leute, aber wir sind bald fertig. Okay, weiter geht's. Neue Achievements. Ein Skelett aus einer Entfernung von 50 Meter mit dem Bogen treffen. Finderte Modifikationen, Einstellungen kann man ändern, sonstiges. Neue Textur für bemoste Pflastersteine, neue Lärmwirtschaftsfeatures, Anbau von Kürbissen und Melonen, mehr Partikeleffekte, neue neue Craftingrezepte. Sprinten wird durch doppeltes Drücken des Vorworts, das ist ja auch möglich. Geil. 4 Blockweite Sprünge werden beim Sprinten möglich sein. Drum bekommen wir eine Animation, wenn sie geöffnet werden und neue Animation für Explosion von TNT. Ach. Das war's. Wir haben alle fertig. Und ich würde sagen, das hat es übrigens 7,5 Minuten gedauert. Und ich würde sagen, da jetzt so viel Neues geht und da uns hier... Einiges fehlen. Würde ich sagen, mache ich diese Folge einfach mal eine halbe Stunde lang. Da in dieser Folge wirklich extrem viel Neues geht. Kann man... Ich glaube, enchanten kann man noch nicht, denn man kann nur Level farmen. Ja, und wo ich sage, mach ich erst mal Optionen, dann schalte ich wieder auf Normal. Und ja, wo ich sagen, guck ich doch gleich mal, haben wir noch irgendwo essen? Nein, aber wo ich sagen, brauchen wir doch erstmal den Clay. Okay, dann muss ich aber demnächst echt mal ein bisschen Essen machen, ne? Ich spare mir, ich teile mir alles in 4 auf, also alles in 16, da geht's extrem schnell. Da noch. Dann kann ich hier schon mal welche reintun. Und dann da. So. Dann würde ich sagen, äh, braten wir... Genau, braten wir. Ähm. Tun wir den Clay gleich mal... ...in die Öfen rein. Dass wir... Oh, Porkchop. Kann ich denn gleich essen? Ich hab's gerade nur weggeschmissen, weil ich keinen Platz mehr... Oh, Gold. Weil ich keinen Platz mehr habe, weil ich ja gerade am Claybraten bin. Oh, warst du schon? Ne, hier ist noch Kohle drin. Wie soll ich sagen? Nimm ich mir hier einfach mal ein bisschen Kohle raus. Setz hier rein. Ja, dann machen wir jetzt mal Christus Clay und dann... ...wollte ich sagen, guck ich doch einfach mal nach ein paar Features, ne? So. Dann können wir hier gleich weitermachen. Und der Rest Kohle reicht dann auch. Denke ich jetzt mal. Müsste ja eigentlich für den Rest von Clay, den wir haben, reichen. Ja, und seht ihr jetzt noch die vielen Öfen ganz nützlich? Also, an alle, die am Anfang gesagt haben, äh, das ist viel zu viel, das sind viel zu viele Öfen. Tja, jetzt bewahren sie sich, meine lieben Freunde. Jetzt bewähren sie sich. So, gleich haben wir das ganze Clay untergebracht. So. Supi. Dann haben wir das doch gleich mal auf. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß zwar noch nicht, warum hier noch ein paar, ähm, Truhen schwarz sind. Ich hoffe, das wird noch gefixt. Aber, naja. Bin ich doch gespannt drauf. Nimm ich erstmal das Gold rein, dann... Oh, das Eisen können wir eigentlich auch noch anbraten. Bestimmt ist schon das erste fertig. Nein. Ah, hier ist es bald fertig. Man bekommt halt, man bekommt halt momentan nur noch dafür EP, wenn man Mob schlägt. Und würde ich sagen, gehen wir, dann würde ich mal demnächst auf eine gescheite Höhlen-Tour. Bricks sind auch neu aus, ne? Dass wir auch mal, ähm, gescheit, äh, EP bekommen. Und dass wir dann auch eventuell mal die neuen Dungeons finden. Das sind natürlich auch extrem knorke, Leute. Dann würde ich sagen, dass ich das jetzt da mal brenne. Und was kann man denn? Man kann jetzt so viel Neues machen. Ich weiß gar nicht, was ich da zuerst zeigen will. Es gibt so vieles, was wir jetzt machen können. Wir können jetzt... Ah, es wird ja, wird gerade Nacht. Das ist super. Dann können wir gleich mal ein bisschen EP farmen. Ja, Kühl geben auch EP. Ja. Unser allererster EP und es macht auch noch kein Geräusch und alles. Also jetzt, jetzt, ähm... Ist vollkommen in Ordnung. Jetzt nähern wir uns langsam, aber sicher wirklich den aktuellsten Minecraft-Version. Schweinchen, was machst du da unten? Dass sie noch nicht folgen, nervt mich. Naja. Hat sich ja nicht irgendwas. Da fällt mir doch ein, wie... Ich hab doch unten beim Stripmine mal, ähm, so ein extremes Höhengeräusch gehört. Da hab ich dann doch sogar extra eine Fackel, äh, oder drei Fackeln sogar auf einmal platziert. Um dann, ähm, da mal hinzugehen, um mal zu gucken, was da denn ist. Ich werde demnächst auch mal ein bisschen, ähm, Obsidian holen. Also ich hole mir einfach Lava von einem Stripmine-Gang. Da haben wir ja mehrere. Und da guck ich, und da, ähm... Dann mach ich hier noch eine unendliche Wasserkönze und dann leg ich hier so ein bisschen einen kleinen See an. Mach dann daraus Obsidian, dass wir auch mal... Eventuell endlich mal in den Neter, also in die Hölle gehen können. Geil! Ne, ich werde es nicht schon wieder singen. Ich hätt' klar wirklich Bock gehabt, aber... Wenn ich singe, dann möchte ich es auch gescheit machen und da noch Effekte hinzufügen. Da fällt mir ein, ich muss nachher unbedingt noch GLP und Debitor Super Mario Bros. Wii U gucken. Das ist immer so witzig. Was, äh, ich vielleicht sagen kann, ich werde mir die Wii U auch demnächst holen. Und es wird auf jeden Fall auch später mal... Ich brauch halt auch noch... Natürlich. Kaum sind sie da schon, finden wir Enderman. Und natürlich bekommen wir auch gleich mal eine Ender-Perle. Warum auch nicht? Ich habe leider noch keine eigenen Sounds. Kriegt man immer nur ein Level, oder wie? Ach, die Level werden einem noch gar nicht angezeigt, ja. Ich bin einfach immer schon das Neustick gewohnt. Geil, auf jeden Fall. Endlich mal hier ein bisschen Action. Endlich mal die 1.8. Endlich mal ein bisschen was erleben, Leute. Endlich mal. Let's do Minecraft wirklich... Also ganz ehrlich, die 1.8. Warum steht da oben ein Schrift? Ja. Drei Creeper. Natürlich. Wow. Alter. Die Sneak... Nein, das darf... Spinne. Ja, da werde ich auf jeden Fall im Fakt hin... ...hinterlegen. Noch ein Creeperly. Noch mal nächstes Lied rein. Ich glaube, wir müssen uns auch, dass die Musiker da einfach zu laut ist. Ich habe gerade gedacht, was macht Leni und mit den... ...mit den... ...ähm... ...mit den Lichtern, aber gar nicht. Ich habe gerade große komische... Und natürlich, was es geht, aber nicht kurz was gucken will. Was wollte ich jetzt? Habe ich sogar vergessen, was ich gucken wollte. Drei Ender-Männer-Spawn einfach so. Warte, ich lasse nur kurz mein Leben regenerieren, dann killen wir die. Ich werde denn, sobald ich die zwei habe, werde ich auch den dritten Mal angucken, dass man das auch mal sieht. Das kann ich. Einmal. Zweimal. Und jetzt voll schon. Ich habe gedacht, die bleiben stehen, wenn man die anguckt. Und podden können die sich auch noch nicht gut. Das muss noch ein bisschen optimiert werden, aber auf jeden Fall richtig geil, dass wir die jetzt auch mal haben. Ach so, mittlerweile. Jetzt ist mal... Also, jetzt hat mal kraftendlich das, was das eigentlich... Ja, ne, was Meike wirklich im primären Sinne ausmacht, ist ja wirklich das, ähm... Aua. Ist ja wirklich das, ähm... Bauen, dass du halt bauen kannst, was du willst. Aber es mir auch wirklich so Spaß macht, sind die ganzen... Das ist ja gespielt, da nichts passiert. Die ganzen Features, ihr seht ja, ich habe jetzt ja auch noch nicht wirklich so viel gebaut, weil ich einfach nicht gern so baue. Weil ich bin ja so der, der jetzt für seine Kumpels dann einfach so trip meint, dass die dann bauen können. So bin ich ja einfach. Aber natürlich macht es mir auch Spaß. Und wir werden ja auch zum Beispiel auf jeden Fall den Turm bauen, dem wird es auf jeden Fall geben. Und wenn es den Turm dann... Alter, jetzt muss ich gleich mal ein bisschen aufpassen und mal was essen. Alter, iss doch was du... Ich kann ja rennen, das vergesse ich hier mal. Rennen! Oh, ja, Spinnproblem gelöst. Okay, ich lasse mein Leben erst regenerieren. Nein! Ja, natürlich, die erste auf. Ja, tolle Enderman, echt schön. Jetzt warteten wir mal. Ja, die Haftelfolge ist dann an Schellen schon vorbei. Aber wie gesagt, die wird etwas länger, weil ich dann zwar etwas länger rendern müsste, aber hey. Bei so einer Folge ist das vollkommen... Da ist eigentlich schon was für die Pflicht. Ich bin auch echt gespannt, wie sich das dann mit den Leveln entwickeln wird. Wenn wir jetzt das nächste Update machen, ob die dann noch da sind, ob die weg sind. Aber auf jeden Fall cool. Mein Kopf fehlt auch schon. Meine... Äh, das ist ja... Ich sehe dich, Creeper... Nein! Da ist schon nur Spinde und alles. Genau. Komm. Das, guck ich, den hab ich sogar umgebracht, ne? Oder was ist der? Hä? Nimm mal einfach mal das Schwarzbauer verdanken an uns. Und gucken dann nochmal ein bisschen weiter. Endlich, äh, endlich sind die Sachen da. So geil geworden, so geil. Noch ein Creeper. Komm her! Nein! Stirb! Du gehst nicht mehr hoch. Nö, nö. Du bleibst schön auf dem Boden. Nö, nö, nö. Komm her! Stirb! Ja! Ich bin der Zombie-Schlechter. Ja! 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 Aua, geh weg! Da kriegt man erstmal ein Zeppling, warum auch nicht? Ach, stimmt, mein angefangenes Zombie. Ach, jott, da, beschwerst du an die Stabile. Oh, ja. Macht mir grad echt voll Bock, hier mal ein bisschen RPG-Dings reinzubekommen. Oh, Enderman. Erstmal den Creeper, den Bomb. Und Bomb. Komm her! So! Nein! Okay. Komm her! Andy! Hey, Andy! Andy! Wow! Das bist du das? Ja, okay. Schlagen und nochmal. Die Enderman wurden auf jeden Fall, wie man jetzt sieht, deutlich billiger, will ich schon fast sagen, als sie jetzt sind. Weil, da sieht man ja, die Rümmel sind doch extrem leicht kaputt und alles. Dann machen sie auch noch nicht so einen übertriebenen Schaden. Nein! Du stirbst. Ich hab mir gedacht, ich würde das Lied kennen. Knochen-Andy. Knochen-Andy. Gott, da werden jetzt gerade Erinnerungen von Let's Play-Zeiten wach, wo es noch ganz neu war und wo ich dann wieder aufgehört habe. Das lässt mich schon wieder so nachdenken allgemein, wie sich die Displays entwickelt haben und alles. Was es heutzutage schon alles gibt. Oh, hier liegt eine Enderperle. Ist schon das passiert, weil das von uns? Ne, ne? Sollen wir uns aufbauen, dass ich nicht zu weit weg laufe, dass ich nachher noch wieder hinfinde, aber das geht wir momentan noch. Weil da hinten war noch ein Creeper, der stirbt jetzt noch und dann würde ich sagen. Gehen wir auch gleich nach Hause und, ja, gucken da mal in den Näht. Das müsste ich eigentlich in der Aufnahme fast noch hinkriegen. Ruhig! Ich hab gedacht, ich würde ihn noch treffen. Tja, falsch gedacht, Patrick. Das ist aber schon da auch ein Creeper mal. Ja, war auch ein netter Abend, so. Oh! Ich find's ja einfach nicht schön, ich möcht's hier nicht. Haben wir eigentlich schon Pilze? Weil ich hab schon Bock, mal so ein Riesenverzwacken zu lassen. Das wird bestimmt geil aussehen. Ich hab' never getrunken. Lalalalalalalalah! Wir müssen unbedingt noch das Zuckerrohr blenden, ich Idioter. Ist das etwa... Nee, das ist kein Riss, oder? So ein halber, aber da waren wir schon drin. Risse gab es ja damals noch gar nicht offiziell. Ein Birkenbaum, dem unserem Haus. Warten, das ist etwa Birken? Aber egal, man kann ja doch noch kein unterschiedliches Holz machen, ne? Das war erst viel später, gell? Oder? Das war ja erst schon 3.1 irgendwas. Ja. Cool. Und ich hab nur noch mal Testplate, yay. Naja. Ja, haben wir übernacht doch schon ein Lix gemacht, weil man kann nichts, das Zucker nicht sogar. Na, wo ich sag, mach ich doch die eine Reihe weg. LOL, das ist schon mein... Nein, dahin, dahin, da. Ha, die erste Kuh schon mal gefangen, ha. Ha, 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 la. Wa, 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 wah. Tee. Lager. M, 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 m. äh, Schaufel, ja, nein, kommt, kackt aufs drauf. Schaufeln werden komplett überbewertet. da kann ich ja auch nur eine reine ok die war noch nicht reif verdammt egal wie viel haben wir acht neue C's das ist doch super das ist ganz ganz toll Mama da freue ich mich ganz ganz sehr was ich im Actionventil auch mal vorhabe ich weiß nicht ob sie da mitmacht ich wollte meine Mutter mal fragen ob sie auch mal in der Aufnahme mit dabei sein will weil sie ja immer so genau fragt ja was machst du da genau kannst du mir das nicht mal genau zeigen und da denke ich dass ich die eventuell einfach mal herholen werde wenn sie mal Bock hat und wenn das für dich mal der Fall ist dann das wäre dann auf jeden Fall extrem witzig ich weiß noch nicht ob ich es wirklich mache es kommt schon auch noch ein bisschen kacke aber guck mal so als Lava wollte ich holen habe ich die Eimer noch im Invi den Eimer beziehungsweise den Eimer warte mal dann mache ich aber zuerst mal ich wollte jetzt erstmal das Zeug da raus und dann gucke ich mal weiter 11 16 16 16 16 21 16 24 16 ist mir gerade ins Sinn gekommen und nochmal 16 und nochmal 16 aber das war es jetzt ne habe ich irgendwann vergessen nein dann so konnte man Dings werfen ne die Blöcke okay ich glaube im Nachhinein haben wir dann doch viel zu wenig Brickblöcke also ich glaube dann müssen wir dann doch nochmal irgendwann mal irgendwann dann doch nochmal nochmal auf Suche nochmal na wir haben ja nicht mal wir haben nicht mal ein Steck daraus kannst du kein scheiß Regen geh doch ach so ich muss mir das Cape Vang haben wir echt nirgends mehr ah wir sehen sie ist nicht mehr ganz schwarz sie hat nur noch einen schwarzen Hintergrund und hier oben ah ja es wird sowieso gerade oder ist es Nacht oder pisst es nur ich glaube es pisst es nur eigentlich soll ich ja zuerst oben das Wasser anlegen es wäre auch geil wenn man durch den Regen irgendwie Wasser aufsammeln könnte das wäre extrem geil ja wo ich sag muss ich mir dann doch nochmal Wasser holen es führt kein Weg vorbei Leute ich brauche das Wasser jetzt aber jetzt aber und hat doch funktioniert du verschallst nicht die Welt ich habe mir gerade ein kleines Anlegen ich habe eigentlich nochmal einen zweiten Arm machen sollen weil ich muss zweimal laufen ich bin bewusst dass ich zweimal laufen muss dass ich wahrscheinlich auch falsch laufe ich laufe extrem Entschuldigung übrigens ich laufe extrem falsch weil hier war ich sogar noch nie ich laufe extrem falsch weil hier war ich sogar noch nie aber die 1.8 war wirklich auch ein großer Schritt nach vorne das war einfach richtig geil die 1.8 wo die dann rauskam 1.8 war dann auch wieder die Version die ich dann wieder hatte also ich glaube ich habe so bei Alpha 1.6 aufgehört und habe dann ab der 1.8 wieder angefangen wo weiß der schwingende App-Block da wollte ich hinlaufen da war es ja sieht auch irgendwie doof aus ah ich bin doch richtig gelaufen also so mit dem großen Ding was ich allerdings erstmal zu aller erst testen muss ist verdammt hier wenn dann weil es ging ja einmal vorhin in der Löschenaufnahme nicht geht es jetzt vielleicht geht's super 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 da die 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 dann muss ich sagen oh Kohle holen wir noch mal die Kohle hier ganz spontan total überraschend bin ich doch voll gut drauf und merkst es nicht stimmt weil ich gerade einfach voll verkauftes Geld gerade irgendwie habe jetzt wieder hier war noch was und wo war noch Kohle ich muss doch noch irgendwo Kohle gewesen sein das habe ich noch gesehen aber du willst mir jetzt sagen ich habe Warnverstellungen ok das ist jetzt gerade Lichter was ich ohne mir plätten kann schon irgendwie ein bisschen ärgerlich a little bit of ärgerlich is that du 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 la 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 a little bit of you j r 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 vielleicht aber das sieht schon auch geil aus das sieht schon nach unten geil aus unser altes weil ich das so abgerissen hab naja oh wir haben kein Essen mehr wir werden sterben ja nicht so lebt die halbsten ist es leider schon vorbei wir haben es nicht wirklich alles geschafft aber naja auf jeden Fall mach ich hier nochmal ein kleines Teil hin was ich eigentlich mache 1, 2, 3, 4 was ich eigentlich rein theoretisch mal versuchen könnte was bestimmt geht dann warte mal bitte kurz wir sind gleich fertig ganz nicht so ungeduldig bitte eigentlich ist ja eigentlich ist es ja wirklich so egal wenn ich das ich das mache weil wir hier dann sowieso wieder ein endliches Wasser haben und dann kann ich sowieso wieder planten dann esse ich jetzt erstmal was und dann höre ich auch gleich auf und dann werde ich auch die Aufnahme also allgemein ich habe jetzt ja wieder mehrere von hintereinander aufgenommen für heute belenden gib mir Brot ja ich habe nämlich ich weiß nicht ob man es dort gehört hat ich habe nämlich gedacht ich brate noch kurz das eine Fleisch Fleisch das eine Fleisch ich brate das eine Fleisch die drei das Brat ist doch weil ich habe nämlich gedacht aus wenn man Dings isst also hier was habe ich gerade gegessen Brot bekommt man nur zwei Dings es wieder aber er hat gesagt es wären 2,5 und es sind wirklich 2,5 ich habe nämlich gedacht es wäre erst seit der neuesten Hossi und so auch seit der 1,5 aber ich lag leider leider daneben verzeih mir verzeih mir Mutter ja dann würde ich sagen wir sind gleich mit dem ersten Fall aber ich verbrochen das ist das ist nicht das wäre mir nämlich ein bisschen zu wertvoll nur für einen Teil vielleicht ist es dann einfach mal ciao ich danke mir, dass ihr wieder zugeschaut habt ich wünsche euch noch eine Stunde Woche und ja ich freue mich auf jeden Fall schon dann auf die nächste Malke-Fraktion und ja tschüss bis zum nächsten Malke-Fraktion bis zum nächsten Malke-Fraktion bis zum nächsten Malke-Fraktion bis zum nächsten Malke-Fraktion bis zum nächsten Malke-Fraktion